Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und wenn es euch gefallen sollte, zeigt es mir doch gerne mit einem Like, lasst mir gerne auch ein Kommi da und über ein Abo würde ich mich ganz besonders freuen. Ihr könntet mich kostenlos damit in meinem YouTube-Algorithmus unterstützen und verpasst natürlich nichts Neues mehr auf meinem Kanal. Gut und jetzt ganz viel Spaß und let's go! Jo Leute, da sind wir wieder! Wir haben ja hier auch in der letzten Folge geschlafen, dann haben wir hier am Kalender gespeichert und heute werden wir mal schauen, ob wir hier noch was finden. Die Notizen, die haben wir gelesen, die Notizen hier in dem Beutel auch. Dann werden wir uns mal umschauen, ob wir eventuell noch irgendwelche nützlichen Sachen hier finden. Und wenn wir nichts finden, dann werden wir mal schauen, dass wir dann eventuell weiterziehen. Ansonsten schauen wir einfach mal, was heute hier in der Folge passiert und dann legen wir einfach mal los und schauen, ob wir hier noch was looten können, ob wir hier noch was finden, was uns Hinweise gibt. Oder ähnliches, ob wir neue Rezepte bekommen. Gut, hier liegt ein Stock, den können wir auch mitnehmen und hier war halt irgendwas eine Notiz, die haben wir noch nicht gelesen. Einen Sack Blätter mit einer Motorsense zerhexeln. Säure und Dünger, blaue Flasche über allem verteilen. Verkneten, in Fässer füllen. Benzin darüber geben und Natrium sowie den Sackinhalt mit CaCO3 darauf hinzufügen. Zwei Stunden lang vermengen, abgießen und die Blätter entsorgen. Säure darüber geben, Flüssigkeit aus der roten Flasche dazugeben, erhitzen bis es verdampft ist, die entstandene Paste trocknen lassen, Wasser dazugeben, Flasche mit dem orangenfarbenen Aufkleber, Aceton und die zweite Säure dazugeben, Füllmaterial dazugeben. Gut, ein Rezept für die Drogen, die sie ja hergestellt haben scheinbar. Soll ich hier irgendwas mitnehmen? Sieht nicht so aus. Gut, hier haben sie das wahrscheinlich doch nicht gemacht. Gut, das haben wir gerade gelesen. Da steht irgendwas auf der Tonne. Ein Orangensaft. Nehmen wir mit. Gut, aber ansonsten scheint hier jetzt nicht sehr viel zu sein, ne? Können wir uns hier hinsetzen eigentlich? Ne. Gut, den Holzlöffel, den möchte ich auch gerne mitnehmen irgendwie. So, da liegt ein Stock. Können wir mal ein Stock Wasser trinken. Im Momentar ist voll. Sehr gut. Wir haben sie abgeholzt. Und hier ist eine Plantage. Aber hier ist nichts dran, ne? Ich bringe auch einen schlusslosen Blätterhaufen raus. Und wir haben hier ein kleiner Blätterhaufen. Essen möchte ich das nicht. Kann ich das mit einem Verband kombinieren? Ne. Kann ich nicht. Gut. Dann haben wir also davon nix. Wie hier eventuell Nüsse. Nicht so aus. Dann würde ich das Terrain noch mal ein kleines bisschen weitläufiger erkunden, ob hier vielleicht noch irgendwas liegt. Oder zu finden ist. Und dann werden wir mal mit Mia telefonieren. Beziehungsweise funkeln. Ne. Also so. Dann scheint hier nix mehr weiter zu sein. Hier haben wir wieder diese Früchte. Die müssen wir uns bestimmt kochen, nehme ich an. Möchte die nicht essen. Ja. Die lassen wir jetzt auch erst mal hier. Bitte. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zurück zur Base und bunken mit Mia. Kalian können wir noch einsammeln. Okay, das war schon. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Hier haben wir einen ganzen Abfall gelagert. Da haben wir ein paar lange Stöcke. Was macht eigentlich unser Bogen? Weil ich die lange Stöcke gerade sehe. Ja, 22 Prozent. Lange Stöcke finden wir auch wieder, ne? Darf so nicht das Problem sein. Und da war hier in der Mikrowelle irgendwas drin. Irgendwas ist doch hier, ne? Aber da kommen wir nicht ran. Hatten wir die Notizen hier schon. Das hatten wir, glaube ich, auch schon gehabt. Ah, guck mal hier. Erste-Hilfe-Kasten. Schmerzmittel. Ja, das Knochen, das können wir eh nicht mitnehmen, oder? Ne. Gut, das haben wir auch gelesen, auf jeden Fall. Genau, das war die Auszahlungsliste. Wieder der falsche Knopf. Und hier können wir uns auch noch die Dose mitnehmen. Und den Schokoriegel. Nice. Sonst haben wir hier nichts, ne? Sieht ganz da noch aus. Kleine Stöcke kriegen wir auch keine mehr rein. Und wir werden jetzt auch nichts auspacken hier. Denn ich denke mal, wir telefonieren jetzt mit Mia. Und dann werden wir mal schauen, wo uns der weitere Weg hinführt. Genau. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir tun das. Wir tun es über das Kartell. Sie haben sogar eine Mikrowave hier. In der Mitte der Dunkel? Was für? Ich denke, sie haben es benutzt, um die Drogen zu entfernen. Es ist eine der Schritte in den Narkotik zu produzieren. Genau. Was für etwas, was du kannst? Was? Ich will nicht so hoch in der Mitte der Dunkel. Jake, ich habe gesagt, Tools und so. Ich habe sogar ein paar Käfige gefunden. Ich habe keine Ahnung, ein leistungsschwacher Arbeiter. Ich habe keine Ahnung, ein Stammesangehöriger. Ich... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Okay, got it. Dieser Ort scheint angegriffen worden zu sein. Du denkst nicht, dass die Drogen sie attackt, hast du? Das könnte sein, warum dieses Ort leer ist. Die Dschabahuaca sind nicht schrecklich. Wenn es sie gewesen wäre, müssen sie verabschiedet werden. Dieses Ort sieht fast untoucht. Ich meine, wenn sie in der Krieg waren, würden sie es nicht verabschiedet haben? Sie hätten nie ein Feuer in der Dunkel in der Dunkel angefangen. Sie consideren es schrecklich. Genau, genau. Okay, über und über. Gut, nehmen wir noch mal den letzten Dialog. Die Verpackungen sind sogar mit Logos bedruckt. Sie haben sogar Logos auf den Paketen. Diese Leute sind nicht mitgebrochen. Das war eine professionelle Operation. Ich kann es nicht glauben. Das ist, was du jetzt machst. Ja, ist vielleicht eine kleine Überreaktion. Sehr witzig, finde ich gut. Ja, ich könnte ein bisschen überreaktieren. Gut, dann haben wir nichts mehr, ne? Ne. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie spät das ist. 1853. Gut, wir bleiben die Nacht auf jeden Fall noch hier. Wir gucken mal, was haben wir überhaupt noch im Rucksack, bitte. Wir müssen mal gucken nach unseren Lebensmitteln. Nicht, dass die verderben hier. Ja gut, schade. Das Auerfleisch ist verdorben. Das werde ich mal... Das war zu schnell. Das werde ich mal zerstören. Oder sammeln. Ach, da haben wir ja wieder Mahnen, ne? Genau, jetzt haben wir viermal Mahnen. Genau, aus Vergammelten kriegen wir Mahnen raus. Nice. Nice. So. Hören wir mal den Rucksack bisschen auf hier. Schnecke ist auch verdorben, leider. Die können wir bloß zerstören. So, dann ist das bisschen aufgeräumt hier. Gibt's hier aus? Das ist klar. Gut, okay, Leute. Dann sollten wir uns... ...auf jeden Fall was von dem Gefundenen hier reinziehen, würde ich sagen. Schauen wir mal, was uns das bringt. 27 Kohlenhydrate, 15 Fett, plus 5 geistige Gesundheit. Wie sieht's jetzt aus? Ja, ein paar Kohlenhydrate könnte man auch gebrauchen, ne? Das ist fett wahrscheinlich. Das ist fett wahrscheinlich. Würde ihn ja beuchten wir. Was ist das? Ein Schokoriegel? Naja, gut, das geht, Leute. Wir gehen jetzt erstmal schlafen und dann schauen wir nochmal. Ja, ich möchte hier schlafen. Gut, um 5.07 Uhr wachen wir mal wieder auf. Irgendwas kriecht hier rum. Ja, wir brauchen Kohlenhydrate und Fett. Ähm, wir schauen jetzt mal ins Notizbuch. Haben wir jetzt erstmal nichts Neues. Ein Drogenlabor mitten im Dschungel. Glücklicherweise ist es verlassen. Ein Gringo wie ich würde sofort abgeknallt werden. Aber wo sind alle hin? Sie haben nur den Stoff zurückgelassen. Das sind die Verpackungen hier. Mit Logo. Gut, okay. Dann schauen wir mal auf die Karte. Wir sind jetzt hier, ne? Ist das auch irgendwas verzeichnendes? Ähm. Was haben wir hier? Ja, wir sollen ja Lambda 2 untersuchen, ne? Aber ich glaube, wir sollten erstmal zurückgehen und vielleicht auch mal hier in die Höhle und dann das angucken. Da kommen wir gleich nochmal an unserem alten Lager vorbei. Und wir müssen in Richtung Süden. Gut, okay, Leute. Dann gehen wir da hin und dann machen wir uns da dann auch nochmal ein Feuer. Dann können wir nochmal unsere ganzen Fallen kontrollieren. Wir machen uns auf in Richtung Süden. Ja, wir sind in die Richtung. Ich glaube, wir haben hier alles, ne? Wir haben, glaube ich, nichts vergessen. Hoffe ich. Ja, vielleicht kommen wir auch nochmal hier vorbei. Ich weiß es nicht. So, sind wir jetzt in Richtung Süden? Na, nicht ganz. Wir müssen da lang. Völlig schön behutsam und aufmerksam. Was ist das? Eine Tötungsfalle. Ah, okay. Jetzt haben wir den Eintrag. Wir können uns jetzt eine Tötungsfalle bauen. Ist das hier Tabak? Weiß ich jetzt gar nicht. Ne, unbekannte Kräuter. Können wir die nehmen? An, warum nicht? Ähm, schau mal. Okay, dann hier ein bisschen mehr Platz machen. Zehn Kilo haben wir ja noch. Nehmen wir die Pfeile eigentlich? Können wir hier nicht mit den Lenk. So. Oder warte mal. Auch hier hin, ne? Ja, ist jetzt egal. Gut. Passen die jetzt hier rein? Hm. Warte, das haben wir gleich. Glaube ich. Na komm schon. Genau, die lassen sich ja stacken. Bis zu drei, glaube ich. Passt auch noch was hin. Und hier haben wir noch eins. Freuen wir mal ganz fix auf. So, müssten die Wetter eigentlich reinpassen, ne? Jawoll. Sehr gut. Unbekannte Kräuter. Immer gut. Werden wir so nicht probieren, aber wir werden das dann mal versuchen zu kombinieren mit irgendwas, ne? Oh, hier haben wir Bananen. Das ist gut. Können wir auch gleich instant essen eigentlich. Äh, ne, Kompass wollte ich. Genau. Wir haben mal Pilze. Auch cool, nie, Leute. Glaube ich. Ich glaube mich zu erinnern. Er hätte gerade theoretisch auch gleich so snacken können, ne? Wie war das jetzt mit den Pilzen? Brüllenhydrate? Die anderen? Ach, hier haben wir die. Ja, auch cool, nie, Leute, ne? Gut. Ah, wir hätten den Topf mitnehmen können, Leute. Mann. Na ja, dann machen wir uns, äh, wenn wir uns auf den Weg zu Lambda-Tour machen, gehen wir da nochmal vorbei. Ah, vielleicht finden wir auch noch weitere Töpfe. Oh, vier Stück. Dürfen wir bloß nicht wieder vergessen, dass wir die zubereiten. Dass wir das Fleisch zubereiten. Oh, wir nehmen unseren Bogen zur Hand. Oh, ich dachte gerade, da ist ein Jaguar. Die wird uns nichts mehr tun. Die wird uns nicht vergiften. Nice. Klapper, Schlagenfleisch. Zweimal gleich. Haben wir hier Nüsse. Nö. Hier. Auch nicht. Ey. Wir sind im Kreis gelaufen. Na ja, gut, da können wir uns den Topf auch eigentlich gleich noch mitnehmen. Leute. Was habe ich denn gemacht? Na ja, das kann ja auch mal passieren. So. Wir sollten uns mal... Kohle? Eis? Ja, ich möchte mir vielleicht den Topf gerne mitnehmen. Wo ist denn der? Ja. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ja. Hi. fast nicht rein und wir haben regel mit dem auch drinnen Leute, den kriegen wir nicht mit, ne? Ha, ha, ha. Minus, bei Gesundheit. Wir machen uns erstmal die Ingel ab. An den Beinen haben wir die Klemmen. Feier. Klagegeister. Weg mit euch. Tack. So. Leute, können wir uns den Topf nicht mitnehmen? Oh, okay. Wir haben den Topf. Nice. So, dann gehen wir jetzt aber würde ich sagen, Schnurrskrax in Richtung Süden. Ich brauche nochmal auf die Uhr. Was die Werte auch machen. Ja, Leute, komm, wir gehen los. Ach, jetzt sind wir schwer, ne? Oh. Wie viel liegt es denn, Stock? Naja, komm. Cool. Jetzt geht's auf, Leute. Richtung Süden. Sonst kommt uns wieder die Nacht auf den Hals und wir sind immer noch nicht weiter. Sehr nice. Ja, hat der ja auch sein Gutes gehabt, dass wir im Kreis gelaufen sind, ne? Können wir den Topf gleich nochmal mitnehmen? Kann uns bestimmt von Nutzen sein. Okay, irgendwo was. Ey. Ein Tukan. Gut, wir essen mal ne Banane. Oder auch zwei. Ich würde sagen, nie zwei hier. Ah, das Tukan vielleicht nütz. Sind wir jetzt immer noch in der richtigen Richtung. Wir müssen Richtung Süden. Wo war denn der beim alten Felsen, Leute? Ah, hier sind wir richtig. Nice. Ne, das ist ein neuer Ort. Die Map. Okay, wir sind hier, Leute. Ach, hier ist das Drogenlabor. Oh, ich war immer noch hier, Leute. Naja, dann müssen wir jetzt Richtung Nordost, ne? Nordost. Möchte jetzt hier auch erstmal nicht reingucken. Ja. Den Knochen lassen wir hier. Den brauchen wir nicht. Vorerst. Gut, hier. Kann nicht schaden, ne? Ja. Ja, dann braucht man uns ja nie wundern. Aber, wie gesagt, war ja gut, dass wir nochmal zum Lager zurückgekommen sind. Egal, ob gewollt oder ungewollt. Ach, schade. Gut, wir werden auch mal ne Banane snacken. Warum der Fosch jetzt? Ah, Fetze finde ich nicht mehr. Seht ihr den Fosch? Ich nicht. Gut. Dann geht's jetzt zurück, Leute. Hier sind wir auch schon mal vorbeigekommen, ne? Alter, wenn ich die Knochen höre, ich hab immer so'n Schiss, dass hier gleich der Jaguar kommt. Ey, wir sind doch schon wieder zurück hier. Naja, gut. Ist ja klar. Aber wir müssen weiter in die Richtung, ne? Oh, wir sind quasi in die falsche Richtung gelaufen. Okay. Wir sind quasi in die falsche Richtung gelaufen. Ich glaube schon, wir können noch richtig sehen, ja. Okay. Ähm. Wir müssen weiter in die falsche Richtung gelaufen. Gut, Leute, ich hoffe, die Folge wird nicht wieder zu lang. Ich möchte aber gerne noch zurück zum Camp. Okay, wir sind da, Leute. Wir sind, glaube ich, richtig. So, wir gehen erst mal zum Lager. Da sind wir. So, dann werden wir jetzt hier und hier uns in der nächsten Folge weitermachen. Ja, bloß gut, dass das Fleisch ja nicht vergammelt am Trocknenstil. gut, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Denn wir machen in der nächsten Folge ein Lagerfeuer und dann verpflegen wir uns hier nochmal und dann schauen wir, wie es dann weitergeht. Ich möchte gerne schon einen Wurfhaken finden und die Höhler erforschen, die wir da gesehen haben, wir schauen in der nächsten Folge mal genau. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen hier. Und wenn das so ist, dann zeigt es mir gerne mit einem Like, lasst mir gerne auch ein Kommi mit Hinweisen oder Ideen da. Und über einen Kommi würde ich mich ganz besonders freuen. Ihr könnt auf meinem Kanal nichts mehr verpassen und könntet mich damit kostenlos in meinem YouTube-Algorithmus unterstützen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschau, euer Jens. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.